was bist du denn ein beilfisch du siehst ja süß aus du hast auch so aufgequollene augen und da ist ein spawnpunkt sehe ich gerade wo ist der denn über der ding ist das heißt hier gibt es drei stück da muss ich nochmal auf suche gehen war doch hier oben irgendwo oder nicht oder bin ich jetzt total blöd ach da oben opa suche ich mal hier alles noch mal ab das ist jetzt hier echt riesiges teil ok da dürfen wir nicht lang sie nix da war die muschel ich will eigentlich doch ausgehen dass hier unten am boden noch einer ist die muschel die die Oh, das war nur so ein Zusatz, aber das kommt mir auch komisch vor. Weil vielleicht ist er hier drüben noch bei diesem Ding da. Bei diesem... Hier drüben... Vielleicht ist hier ja noch was. Na? Boah, voll das Riesenteil. Ja, was sieht hier nicht danach aus, als ob hier noch irgendwas wäre. Dann fliegen wir einfach mal hier oben in das Ding rein. Boah, ich könnte ja mal hier oben lang gucken. Das... Hä? Okay, ihr seht mal, dass ich alles hab. Also die drei Dinger. Es irritiert mich trotzdem ein wenig, dass hier nur ein so ein Ding ist. Na gut. Dann nehm ich das jetzt einfach mal so hin. Okay. Dann wäre das jetzt das letzte, ne? Jedenfalls das letzte hier. Aber mich wundert halt, dass es noch zwei extra anscheinend gibt. Ach so, ich will mal gucken, ob da noch irgendwelche Fischis... Ne. Da waren nur diese... Meeresschnecken oder Seeschnecken oder wie die heißen. Oh, da ist die Kalmar. Und ich hab mich die ganze Zeit versprochen. Verlesen. Keine Ahnung. Da muss ich mich wieder richtig hinsetzen, weil sonst... ...brechen mir meine Beine ab. Aber wir düsen jetzt trotzdem noch mal zu diesem... ... ähm... Punkt. Kommt man hier oben hin? Ne, ich denke mal da oben wird dicht sein. Ich schätze mal hier kommt man nicht weiter. Warum sind hier überhaupt diese Stahlträger? Ne. Darf man nicht lang. Schade. Da hätte ich mir echt so eine bessere Level-Begrenzung irgendwie gewünscht. Wo man auch wirklich sieht, dann... Hier ist aber Ende. Mein Freund. Weiß nicht. So. So. Dich hatten wir schon mal... Ich wollte jetzt gerne hier hinten rüber. Da lang. Beilfisch. Die hatten wir auch schon. Wo bist du? Opa. Ein dicker Fisch. Schwarzer Degenfisch. Den haben wir auch noch nicht gehabt. Beilfisch. Beilfisch. Ich glaube, wir kommen gar nicht da hinten hin. Riesenkal... Kalamar steht da. Hm. Ach. Aufgefressen. Bäm. Na gut. Dann. Schwimmen wir. Zum nächsten Level. Okay. Geht's weiter nach unten. Es geht immer weiter nach unten. Da könnte ja was versteckt sein. Okay. Da ist nur ein ganz kleines Loch. Äh. Äh. Wow. Okay. Das ist jetzt das Überdreieck des Todes. Mit ganz vielen anderen Todessachen davor. Ich mag euch nicht. Ihr seid böse Dreiecke. Wir sehen doch nicht mal Dreiecke. Hier sind Pyramiden. Okay. Das Lade-Dreieck rollt wieder. Wir haben, wie gesagt, wir haben alle vier Haupt-Level eigentlich fertig, so wie das aussah. Ähm. Und sind jetzt in irgendwas anderem. Das erinnert mich jetzt hier auch sehr an Flower. Mit dem Gewitter-Level. Gewitter? Was ist das? Haben wir da Lamm? Ja doch, ich glaub schon, wir sollen uns das hier nur angucken. Die werden also hier drinnen hergestellt. Hm. Unsere kleinen Helfer-Leans. Was ist denn hier passiert, dass diese Dreiecke hier drinnen liegen? Die werden hier auch hergestellt. Aber warum ist hier alles kaputt? Nein. Bin ich da runter? Nein, darf man nicht. Okay. Also die Dreiecke werden in dem Dreieck hergestellt. Pyramiden. Entschuldigung. Und unsere kleinen Gefährten werden hier drinnen hergestellt, die wir gefunden haben. Da können wir anscheinend interagieren, aber wir gucken erstmal, was hier sonst noch so abgeht. Das sind Fische. Oder sind das auch nur... Computer. Ich glaube, das sind auch nur so Computer-Roboter-Dinger. Das sieht mal sehr danach aus. Okay. Da sind noch welche. Ja. Das bin ich. Also ich weiß, wir haben ja immer so eine Kugel rausgeholt aus uns. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass alle Sachen irgendwie mit dieser Kugel funktionieren. So sieht das jedenfalls mal aus. Wir haben auch so ein Dreieck bei uns auf dem Rücken drauf. Ja, wir düsen einfach mal hier weiter. Das ist wieder so ein komisches Bombenteil. Ich habe übrigens noch keine Muschel gefunden. Und dann ist's. Und dann ist... ś